Und damit heiße ich euch willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, Terra, drücken Sie X um zu spielen. Was passiert wenn ich die X drücken? X. Was passiert wenn ich die X drücken? X. Was passiert wenn ich die X drücken? X. Also muss ich X drücken. Yeah, es hat gefunzelt. Das habe ich mir den Account Server hergestellt. Auch von mir ein herzlich willkommen und Scheiße ist es laut. Wie kann ich das mich schon runterdrücken? Wie es laut ist. Alter. Herzlich willkommen Verhof. Ja servus. Was bedeutet Elite Status? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, wir sind schon Elite genug. Ich merke gerade, dass ich ohne Brille viel sehe. Das merke ich auch. Ich habe es gestern auch gemerkt, wo ich zur gleichen Maßweite aufgenommen habe. So. Mit dem Elite Status schaltest du folgende Kontovorteile frei. Doppelte EP. Für den schnelleren Stufenaufstieg doppeltes Gold. Von Auftreten. So. Schnell reisen. Tägliche Geschenkekiste. Verdopplung. Und. Ja. Konto verbinden. Nein. Spielsett verbinden. Spiel. Ach fuck. Jetzt war ich viel zu schnell. Ich habe nicht vergessen was das für ein Server war. Hehehe. 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 Dann gehen wir nochmal zurück. Hehehe. Hehehe. So was hast du denn für einen Server? Ich habe... Keine Ahnung. Es steht doch dran, ich habe Meld... Hello. Have a nice day. Was für ein Fucky ist das jetzt? Ich habe Schwarz, Mädels. Wie geil. Hehehe. Hehehe. Ich habe Meldita. Meldita. Tera. Typ PVE. Server ist... Meldita. Und... Da. Was hast du? Ähm. Was steht da? Typ PVE. Ja. Server Meldita. Okay. Passt. Und reingeht's. Verbindung zum Server. So. So. Jetzt sagt man sich ja die Kraft aus. Wie ihr seht, habe ich eigentlich schon einen neuen... Habe ich schon einen Charakter. Ich habe schon ein bisschen angefangen zu zocken im Hintergrund. Mal so für mich alleine. Aber ich werde Stellung mal für ein Stück... Aber ich habe es wieder gelöscht. Nein doch nicht. Der liegt da. Der steht da noch. Huuu. Aber ich mache einen 9. Ja män. Stufe 9. So. Wir haben Stufe 13. Wir nehmen man denn. Wir nehmen... Ich bin schon mal überlegen, ob ich mir einen neuen Charakter erstellen soll oder nicht. Dafür extra. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube wir den... Ich mache 9. Spieler. Was habe ich mir jetzt gehört. Keine Ahnung. Ich habe nämlich... Mensch. Oder nehme ich Hochelfin. Ich nehme den Panther. Ich nehme Mensch. Ich nehme Mensch. Okay. Weiter. Was gibt's denn dann? Ähm. Priester ist... Magische Vieh können vorrangig zur Wiederherstellung von Gesundheitsmeld. Vergiss es. Kastane. Bogenschütze sind äußerst bewegliche Fernkämpfer. Indem sie auch keine Energie auf ihre Bögen übertragen, erzeugen sie eine große Bandbreite und schädlichen Effekten. Bogenschützen für sich halten können. Ziele vergiften, verlangsamen die Treppen und ihren... und ihren Fallstellen. Wodurch sieht ihr jede Bewegung im... Keine Ahnung. Neh mal Bogenschütze... Also abschießen. Ich habe ein E-Din. Hab ich. Das sind die... Na, ist die nicht hübsch. Hab ich nur was anderes. Äh. Was ist? Ich habe E-Din. Das sind die mit den kurzen Recken. Jetzt bin ich am überlegen, was ich mir nehme. Zauberer Bogenschützen ist eigentlich was für mich. Ich habe auch Bogenschützen. Also mein erster Charakter ist ein Hoch... Ich habe auch nicht mehr geholfen. Aber ich finde gerade das... Er ist gerade das Mensch. Hm. Ich finde das Tier hat ja ganz gut ausgenommen. Wie ist das da? Nehme ich das da. Ein Ninja soll es sein. Alter, die große Schwert. Ein Wurfstern meinte ich. Jetzt kippen wir die ganzen Haare durch. Und zumindest die Farben. Jaa... Aber ich finde... Boah. Muss er auch drehen. Oh, der hat ein Buschwanz hinten. Die net... Ein Buschwanz. richtig schön knacker schatze naja gut wie sieht so leblos aus rot otto orange das ist schon fast goldig ja nehmen die haare passt so zurück gesicht jetzt kommen die haare formen finde ich eigentlich wieder ganz cool haare farbe soll es bei dem bleiben ich will so eine dämonin haben apropos wenn man da schon als so ein ansprich kennst du die serie das ist jetzt auf netflix sagt mir jetzt nichts ich weiß jetzt schon wenn jetzt eine eine welche zuschauer mir zuschaut wird die auf sich denken wo ist nicht so viel gespickt ich mag das nicht wenn die frauen zu sehr gespickt sind das ist das ist schon fast zu viel ich finde das eigentlich schon details nein augen ich möchte die farbe von den augen ändern mit leidung soll ja was sehen kleidung ähm wie kann man ich will jetzt zu viel haut zeigen aber ich bin ja ein guter des teufels sieht echt gut aus ich finde dass das schon richtig gut ausschaut ne das war's nicht das woran das ne das war's nicht ja das hat das hat was so was ist die stimme das hört sich an als wenn sie stöhnen würde damit ich sage aber das klingt fast zu wenn so ein mann schreiben würde schwebt ach Gott ne mir hört sich an eh äh Also ich bin also nicht jugendfreundlich ich liege an so Alter der Name der sequester naaam die heißen Lila Lustmonch nein Oh fuck, jetzt darf ich wieder suchen, oh. Ähm, Diane, ähm, I, Jan, ne. Äh, so. Äh, so. Äh, so. Äh, so. Fuck. Ist dein Name ein bisschen reißen gegeben, oder? Viel Spaß beim Suchen. Äh, äh, Deutschland, fertig. Tadt. Tadirat. Tatjana? Ja, Tatjana. Tatjana, abschließend, fertig. Alter. So. So. Spielern Stufe 1 Spiel Tutorial überspringen Nein, wir machen das von Anfang an Spielern Wir machen das von Anfang an Tutorial Gebet kann übersprungen werden Nein, ich will es nicht übersprungen Tutorial Hat nichts für mich gebracht Ich bin nicht so weit gekommen Was ist das? Die Musik Sie so schnell bist du auch mit dabei doch kannst du das was retten wir sie ist so ein schöner ort diese inseln es gibt keinen zweifel dass dieser ort von der gnade der gitter berührt ist und es ist kein wunder dass die hier geborenen kinder den blick entwickelt haben sammeln helfen sie mir eine antat jana ihr habt von nun nur noch augen für tiara was es ist wirklich schwierig schwierig den blick von ihm abzuwenden aber ihr dürft nicht vergessen dass wir wegen einer wegen seiner wurzeln hier sind meine frisse ich und lesen achtet stets darauf seine wurzeln nicht zu verletzen wenn ihr die rinde einsammelt wenn ihr das jeden tag macht werdet ihr den dreh schon rausbekommen ich mit das kostet das gucken inventar was war das ich habe mich teleportiert kann nicht springen drück mal l1 und dann x wo wissen du eigentlich ich bin ja ich bringe hier rum dass ich mal angucken du bist unsichtbar bin ich nicht du bist nicht unsichtbar das ist unsichtbar jetzt bist du da du hast ein baumstamm ich hab dich im baumstamm verwandelt ich kann das mit dir was muss ich ist eigentlich machen sein prozentieren ich kann es nicht wo ist ich doch nicht wo ist ich doch nicht was ich doch nicht ein händler aber ich etwas verlieren sie ist so ein schöner aus dem jahr sammeln jürgermeister Schau? Nun, der Ascher ist alles, was ihr liebliebt. Schuchu! Hast du Schuchu? Schuchu, Schuchu! Ich werde es nicht lesen, denn ganz ehrlich, das könntest du selber lesen. Da bin ich viel zu voll dafür. Hast du noch 8 Horns? Ich weiß nur, dass wir Schuchu finden. Was ist das? Was ist das? Was ist das? mit sich das ganze ließen hinzuschliessen dass wir uns was ich wusste dass wir uns in Schwierigkeiten bringen Optionen Eventar drücken und dann aus Büchle Nadel und Faden herrichten drücke options um mit ihr zu interagieren so bringen wir jetzt zu Susu wieder ich hab's nicht selber machen oder was hier haut jetzt ab hier ich möchte jetzt nicht mit euch reden hallo in ein wo kann man so kann man so zu finden dann muss ich zurück kannst du so nicht finden ja ich auch nicht ach guck mal ich hab meine meine fertig guck mal guck mal wir sind nicht unter dem Scheiden ich kann grad nicht bist du da hallo ja hey guck mal wie ist denn der zu dritt ich finde dich nicht ich bin hier bei der Susu du bist du oder Asher oder Asher ha der hat sich auch im baum verwandelt ich hab drei neue freunde ich hab zwei neue freunde gefunden oh ich glaube wir müssen da hin wo die Fragezeichen sind interagieren dass das mein bester großer Freund hat werden Susu ist mein erster beste genau aber irgendwann stufenaufstieg ist dann nämlich schön ab jetzt eigentlich schon fähigkeiten schickte fußarbeit ich muss das mit mir besser kommt umbauen hier muss man es zu finden ja ja ich frage das kann ich nicht weg machen war ja klar das geht sogar weg ist es schön wenn es weg geht nächste part eigentlich habe so abgegeben und wartet eigentlich nur noch auf dich das sind so drei büsche das sind so drei büsche da musst du hingehen muss einmal auf x drücken dann macht das sucht ja einmal das ist nichts und dann geht es weiter dann hast du irgendwann suchst und dann musst du susu dann nach hinten ganz weit nach hinten bringen zum auffragezeichen dann sollst du dann irgendwann so ein gras flach finden und einsammer dann musst du daraus dann so nadel und faden machen dass du susu dann reparieren und dann das ist Prozent er schon bringen und dann der Schuss gebracht hast kommst du zum nächsten ich weiß gar nicht mehr wie das kompliziert alles war ich glaube du kannst auch mal zurück nein kann ich nicht es sind drei büsche also stehe jetzt bei der ascha muss ich nach rechts oder nach links also stand ungefähr hier es ist zwischen dem zweiten und dritten wurzel müsste das sein also kirschblütenbaum da hinten am anfang und da muss ich glaube ich so der dritte müsste es glaube ich sein müssen so drei büsse stehen da müsste es sein man kann nicht runterfliegen auch das ist ja schade stecke ein baum fest hilfe ach was mein arsch passt ein kirschblütenbaum ja ganz an anfangen wenn du es mal Richtung klippe gehst müsste so ein baum stehen so kirschblütenbaum das sind doch hier so die wurzeln auch den zwischen der zweiten und den dritten wurzel müssten so büsche stehen da musst du hingehen damit nichts interagieren wenn es dann nicht hilft dann ist es ein zweiter da ist nichts dann gehen wir ein zweiter sind so büsche die müsste suchen absuchen nichts nichts vom klippe aus gesehen ist es die rechte die linke seite also ich bin jetzt beim umgestoßenen baum er hat drei riesen dinge genau und da müssten bei diesem baum müssten dann so büsche sein so ganz große das sind vier büsche und die muss das durchsuchen da kommt irgendwann die susu raus und wenn du susu hast nur das fragezeichen weitermachen bei den ziegen määh ich will dir irgendwas einsammeln hier nein die kleine elfe escher wunderkennst du euch weiter oder soll ich auf dich warten warte gerade waren wir das letzte mal dass ich den spiel gefunden habe ja wir sehen dürfen müssen auf merox warten ja immer auf mich ja klar hey wenn ihr uns auch mal spielen wollt müsst ihr euch dann einfach mal anmelden ist uns kostenlos so nebenbei gesagt da können sie gerne mal mit uns zocken oder auch nicht ihr habt es halt bloß so bliebe mit namen suchen also mit beim ersten zockte da habe ich zehn minuten gebracht um den namen zu finden oder ihr könnt mir helfen das schul zu finden so ich glaube ist der max damit fertig ist ich habe mich zu so immer noch nicht gefunden ich warte eigentlich noch ich brauche jetzt allein fünf fahrzeichen den scheiß berg gefunden habe das und so ich habe das 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 ist die 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 der und st das governo kurz sind und vehicle endlich hab den scheißberg gefunden hallo warum kann ich den nicht aufnehmen klatscher drachen rüstung kratzenanzug paket das sind viele kostüme für weibliche charaktere vorhanden da möchte ich es eigentlich nicht und also für uns jungs wäre es perfekt weil das zeigt so ziemlich viel vom weiblichen körper und das betont auch übelst gut aber bei den jungs heißt nichts ich habe es gerade gesagt als nichts von dem ganzen und diesen drei vier fünf sechs sechs mit drei von diesen 18 paketen was das sind sind eins 23 sind 34 pakete alter und ist er leck mich ja also dein bär jetzt komme ich ich habe suchst du die ganze zeit gehabt aber niemand sagt mir was wir drehen uns mit habt ihr mit glenrock gesprochen aufgabe für euch was soll nicht wissen wer das ist alter die waffen leck erklärt pixel style noch ein pixel style reittiere oh nein jetzt habe ich wieder die cipher geht in flug mit ihr spielt ich habe schwarz bild ja dann bist du gleich da wenn sie oben rechts wie ich mich bewegt habe oh mein gott nein bin ich nicht du bist doch gar nicht da wo bist du auch scheiße ich muss eicher folgen und erkenne ich merke es jetzt dass ich ein ding hab ne fehl ok das muss ich jetzt machen oh mein gott ist in diesem ding aufgetaucht angreifen ich boche happy ich greife mal an die bohle mach ich schon jo klar doch spawn halt hinter mir muss ich jetzt bei mir sein ach ja weil spark der rote viereck symbolisiert an dass der gegner angreifen will ja 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 und voll ja 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 du hier um ein uhr und ich hoffe keiner kommt zu dass ich so bäume interessiert das sind böse bäume ja auch böse bäume haben ja stufenaufstieg hallo also erst mal gedrückt halten dann charakter gesellschaft das fähigkeit die haben böse gesichter lehrer nennen aus dem herr der ringuniversum entstanden wie hier muss man den doch treten jukla alter noch noch endlich weg diese sei ich gehe ja schon berückte ich mann fix so das war es auch schon wieder für diese folge ich hoffe jetzt gefallen werden zur nächsten folge doch nicht und ich spreche doch mit dem typen sprich doch mit dem typen ja ich hätte mir uns dann nichts auf den weg machen zu dem derf wenn wir bei dem derf sind werden wir noch viel spaß haben das heißt werden aber mehr und so noch ein bisschen aus den augen lassen müssen tun und ja dann einfach mal bis zum nächsten mal bye 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 bye